Heute ist ein sehr schöner Tag. Das Geburtshaus kann die Publikumsausstellung oder den musealen Teil des Geburtshauses eröffnen. Damit auch in Zukunft viele Besucher das Haus sehen und nutzen können, brauchen wir aber noch ihre Unterstützung. Wir wollen Sie bitten, noch einmal tief in die Tasche zu greifen, vielleicht einen Dauerauftrag auszufüllen und das Geburtshaus zu unterstützen in dem laufenden Betrieb. Wir bitten auch darum, dass Sie Mitglied der Fördergesellschaft werden, die genau diese Aufgabe in Zukunft erfüllen soll. Vielen Dank.